In der Energieinformatik haben wir es sehr häufig mit Zeitreihen oder Messreihen zu tun. Das heißt, wir haben Tabellen mit einem Zeitstempel, Datum, Uhrzeit, das ist ein Messzeitpunkt und dann den Messwert. Das sind dann Energieproduktionsdaten oder Energieverbrauchsdaten. Und wir wollen uns jetzt in dieser Folge einmal ansehen, wie Excel Zeitstempel, also Datum und Uhrzeitstempel behandelt. Wir haben in den vorherigen Folgen schon mit Datum und Zeit oder Uhrzeit gearbeitet, aber wir gucken uns das jetzt mal etwas genauer an. Also wir fangen mal an. Wir tragen hier den 01.01.2023 ein. Das ist jetzt für Excel ein Datum. Hier oben sehen wir das auch, ein Datumsformat. Wir können das hier ändern auf ein langes Datum, Sonntag, der 01.01.2023 oder kurz. Wenn man jetzt hier umstellt auf Zahl, stellen wir fest, intern behandelt Excel ein Datum wie eine Zahl. Das ist anders als in anderen Programmiersprachen häufig. Andererseits hat das den Vorteil, man kann mit diesem Datum offensichtlich rechnen. Das ist jetzt ja eine Zahl, 44.927. Und wenn wir jetzt mal hier den nächsten Wert nehmen, 44.928, und wandeln diese beide um, wieder in ein Kurzdatum, sehen wir, wir haben den nächsten Tag. Das ist die zugrunde liegende Mathematik dahinter. Und wenn wir das jetzt weiterziehen, stellen wir fest, Excel erkennt auch hier die Zahlenreihe, ändern wir das wieder in Zahlen, stellen wir fest, er addiert hier immer plus 1. Gleiches gilt dann auch für Datum und Uhrzeit. Machen wir auch das mal, also der 01.01.2023, 0 Uhr. Und dann der 01.01.2023, 1 Uhr. Gucken wir uns das an. Dann, da sagt er jetzt, es ist ein benutzerdefiniertes Format, weil wir jetzt hier eine Zusammensetzung aus Datum und Uhrzeit haben. Wenn man sich das genauer anguckt, da gibt es jetzt kein vordefiniertes Format, sondern hier unten gibt es die Option weitere Zahlenformate. Und dann haben wir hier unter Benutzer definiert, ist jetzt hier die Formatierung angegeben. MTTMMJJJJ heißt also der Tag mit zwei Zeichen, der Monat mit zwei Zeichen und das Jahr. Und dann haben wir noch HH in Kleinbuchstaben und MM in Kleinbuchstaben ist dann jeweils Stunde und Minute. Das kann man jetzt auch noch verändern. Man kann das jetzt anpassen auf unterschiedliche Formate, dass wir dann noch sagen, wir wollen das jetzt auch noch mit Sekunden haben. Oder wir wollen den Monat mit drei Buchstaben haben. Wenn man hier MMM hat, dann hat man abgekürzte Version. Das sind jetzt verschiedene Varianten. Wir werden uns nochmal in einer gesonderten Folge hier mit dieser Formatierung auseinandersetzen. Also das muss uns jetzt an dieser Stelle erstmal nicht weiter interessieren. Wir bleiben bei diesem Format, ändern wir das auf eine Zahl, stellen wir fest. Er hat hier eine Dezimalzahl ergänzt. Das ist jetzt ein 24. Denn eine Stunde weiter ist ein 24. eines Tages. Das muss man jetzt berücksichtigen, wenn wir jetzt mit diesen Einheiten rechnen wollen. Ich mache das mal rückgängig. Wir sehen jetzt hier wieder unsere Uhrzeit. Warum ist das jetzt wichtig? Wir könnten jetzt einfach runterziehen, wie wir das schon kennen. Wenn wir das jetzt mal für einen längeren Zeitraum machen, sehen wir, soweit erstmal alles gut. Aber wenn wir das jetzt für ein ganzes Jahr machen mit 8.760 Zeichen, stellen wir dann gleich fest, dass es zu Rundungsfehlern kommen kann. Also hier ist es nicht so. Aber bei älteren Excel-Versionen kann es dazu kommen, dass Excel diese Reihe nicht richtig versteht. Wir lassen es jetzt mal weiterlaufen. Dauert jetzt leider ein bisschen. Um diese Stunden fortzuführen für ein ganzes Jahr. Wir hatten ja gesagt, das ganze Jahr 8.760 Stunden, wenn wir kein Schaltjahr haben. Und dann kann es bei älteren Excel-Versionen zu Rundungsfehlern kommen, dass hier irgendwann... Achso, wir sehen gerade hier, er hat hier gar nicht richtig weitergerechnet. Wenn man hier sieht, er fängt hier wieder von vorne an, interessanterweise. Hier hat er irgendwie einen Fehler drin. Also das heißt, diese Reihe ist aus irgendeinem Grund hier unterbrochen worden. Ich schau es mal an. Warum er hier wieder von vorne anfängt, ist nicht ganz klar. Was sollte man machen? Man sollte das anders machen. Man sagt einfach, ich nehme diesen Wert plus 1. Wenn wir das machen, haben wir den nächsten Tag. Weil halt die ganzen Zahlen sind immer ganze Tage. Also C1 plus 1 heißt, also nehmen die einen Zahlenwert aus der Zelle C1, addieren ein Satz, dann haben wir den nächsten Tag. Addieren wir ein 24. dazu, haben wir die nächste Stunde. Manchmal mag er dieses Klicken nicht. Manchmal mag er das jetzt hier nicht. Das hier unterziehen. Komisch. Zieh das dann mal nach rechts. Keine Ahnung, warum Excel das jetzt nicht überschreiben will. Ah, doch, hat er gemacht. Pardon. Genau, er hat das gemacht. Er hat es noch nicht angezeigt. Deswegen war ich jetzt gerade etwas verwirrt. Also hier sehen wir jetzt wieder die Formel. Plus 1,24. Das heißt, er hat das jetzt hier gemacht bis zum... Wir gehen sogar relativ weit hier. So weit brauchen wir gar nicht zu gehen. Also, das heißt, das Rechnen mit solchen Datumsformaten geht dann halt hier über 1,24. Möchte ich hier die Minute weitergehen, brauche ich halt dann nochmal durch 60. Weil ja dann eine Minute ist ja 1,24 mal 1,60. Dann haben wir hier die nächste Minute. Verklickt. So, und dann haben wir hier die Minuten, die dann entsprechend hochlaufen. Das heißt, wenn man jetzt selber solche Zeitreihen generieren möchte im Datumsformat, dann kann man das, oder sollte man das hier immer über diese Berechnung machen, nicht einfach nur runterziehen. Weil Excel bei der Zeitreihenidentifikation der automatischen manchmal durcheinander kommt, dann rundet er falsch. Und dann gibt es hier gegebenenfalls ein Offset. Also 1,24 ist die Stunde. 1,24 mal 1,60 ist dann die Minute. Was wir in der Energiewirtschaft ja häufig haben, ist den Viertelstundenwert. Das heißt also, wir haben 1,24 als Stunde, dann nochmal durch 4 und haben dann entsprechend die 15-Minuten-Einheiten, die Zeit- oder Intervalllänge in der Stromwirtschaft vor allen Dingen. Da geht es ja immer im 15-Minuten-Takt. Das heißt also, diesen Wert muss man sich auch entsprechend merken. Wir können jetzt noch verschiedene Berechnungen machen. Ich will das jetzt hier nochmal einmal wieder rückgängig machen, dass wir hier nur noch Plus 1 stehen haben. Und dann ziehen wir das nochmal runter. Formatieren das um als kurzes Datum. Und was wir jetzt noch machen können, ist, wir können jetzt Excel über Funktionen noch bitten, zu identifizieren, was ist das jetzt für ein Tag, für eine Woche, für einen Monat und so weiter. Ich ergänze mal eine Zeile oben drüber. Sage jetzt also hier, das ist unser Datum. Jetzt kannst du erst mal sagen, Tag, Monat und Jahr. Und die Funktion Tag gibt also an, wenn ich jetzt sage, als Funktion Tag und dann an eine Zahl. Die Hilfe hat uns das ja schon entsprechend angegeben. Dann sagt uns, das ist der erste Tag in diesem Monat. Wenn wir das runterziehen, dann sehen wir hier 31. Am 1.2. haben wir wieder Tag 1. Entsprechend für Monat. Auch da kann er uns dann sagen, also Monat aus der Zahlenwert C2. Denn man muss sich merken, dahinter steckt eine Zahl. Dieses Datumsformat ist ja nur eine Anzeige oder eine Darstellung der Zahl dahinter. Das ist der erste Monat. Ziehen wir runter, sehen wir hier, haben wir dann den 1. Februar. Entsprechend mit dem Jahr. Auch das können wir machen. Dann sehen wir natürlich, da kommt es raus, 2023. 2023. Darüber kann man jetzt sein... Manchmal zieht er das hier in dieser Teams-Version nicht richtig runter. Das klappt in der Version vom nativen Excel-Programm etwas besser. Gut. Also damit kann ich dann mit diesen Funktionen, kann ich dann entsprechend auf die Tage, Monate, Jahre zugreifen. Das wird noch wichtig werden in einer späteren Folge, wenn wir uns dann damit beschäftigen, wie man dann aus Stundenwerten, die wir messen, dann automatisch Tagessummen berechnen kann. Das ist also dann der Weg. Gut. Was können wir noch machen? Wir können den Wochentag, also wir können uns vielleicht die Funktionen angucken, die es dazu gibt. Datum und Zeit. Hier sehen wir dann die ganzen möglichen Funktionen, also Arbeitstag, vorlaufende Tag des Datums. Wir haben das Datum. Das heißt, ich kann aus einem Jahr, einem Monat und Tag auch ein Datum machen. Das gucken wir uns vielleicht auch nochmal einmal an. Also wenn ich jetzt hier sage, Datum und ich habe dann das Jahr 2023, Monat 10, Tag 1, dann macht ihr mir daraus dann den 1.10.2023. Dahinter steckt, wie gesagt, wieder eine Zahl, 45.200. Also über diese Funktion, Datum kann ich, wenn ich das Monat, das Jahr und den Tag habe, kann ich daraus dann so ein Datum erzeugen. Wir schauen nochmal nach weiteren Funktionen in dem Bereich. Wir können uns sagen, was heute ist. Er sagt uns die Kalenderwoche. Das gucken wir uns gleich auch nochmal einmal an. Also welche Kalenderwoche wir haben. Das mag dann auch für manche Berechnungen interessant sein. Wir haben hier an sich die Kalenderwoche. Das Monatsende. Und dann gibt es die vorlaufende Anzahl des letzten Tags des Monats, vor und nach einer bestimmten Anzahl von Monaten zurück. Netto-Arbeitstage ist nicht dann eher für das Personalwesen. Vielleicht eine interessante Sekunde haben wir natürlich. Wochentag ist vielleicht auch noch ganz wichtig. Also das gucken wir uns mal an. Also den Wochentag wollen wir einmal wissen, und die Kalenderwoche. Also Wochentag. Wir müssen hier beachten, wie die Definition ist. Also wir geben wieder ein Datum ein und haben dann optional den Typ. Hier steht dann ja, legt den Rückgabewert fest. Eins für Sonntag. Das heißt, die Frage ist, mit welchem Tag fängt dann, oder wie ist dann die Definition von den Wochentagen. Gucken wir uns das erstmal an. Also C2 haben wir den Wochentag 1. Und wir haben ja gesehen, bei der Langdarstellung, das war ein Sonntag. Und wenn wir das jetzt hier runterziehen, stellen wir fest, wir machen das gleiche mal hier. Also hier ist jetzt in der Standarddarstellung, ohne Option und Parameter, fängt die Woche mit einem Sonntag an. Sonntag ist 1. Entsprechend Samstag dann die 7. Auch das ist natürlich für die Energiedatenanalyse wichtig, wenn wir sagen, das hier der Zeitraum, das sind die Werktage. Wir haben dann den Samstag als gesonderten Tag und den Sonntag. Was hier noch fehlt, sind die Feiertage. Die kennt Excel nicht. Die muss man dann manuell prüfen. Das kann man dann, das haben wir schon gesehen, mit dem Wenn-Vergleich machen. Das geht entsprechend, dass man dann guckt, wenn das Datum einem Feiertagsdatum, bespricht man auch eine Liste mit Feiertagen, dann kann man das entsprechend überprüfen. Dann am Schluss noch die Kalenderwoche von unserem Datum. Das ist dann die erste Kalenderwoche. Wenn wir das jetzt hier runterziehen, sehen wir, dass die Kalenderwochen entsprechend raufgezählt werden. Auch das kann nützlich sein, wenn man Energiedaten pro Woche analysieren möchte. Dann ist entsprechend diese Funktion, also hier hatten wir jetzt gesagt, wochentag und hier haben wir gesagt, Kalenderwoche. Und haben hier entsprechend die Kalenderwoche. Also das sind die Datumsfunktionen, die man dann häufig braucht und kann dann damit entsprechend arbeiten. Das gilt analog ist natürlich dann auch noch für Stunde, Minute, Sekunde. Also ich kann natürlich dann auch, wenn ich jetzt ein Datum habe, wir löschen das hier nochmal raus, das ist den 1.1.2023, 0 Uhr. Und dann sagen wir, das ist plus 1.244, also Viertelstundenwerte. Wir ziehen das hier mal ein bisschen runter. Wir haben jetzt hier Stunde, Minute und theoretisch auch Sekunde, die haben wir jetzt ja gar nicht angegeben. Also Stunde von diesem, die Minute, gleicher Zeichen davor, Minute und die Sekunde. Da ist ja nicht alles 0, weil wir um 0 Uhr sind. Wir ziehen das runter, dann sehen wir hier, dass wir hier entsprechend auch die richtige Stunde, die richtige Minute und dann die Sekunde bleibt halt 0, weil wir die Sekunde nicht manipuliert haben. Analog zu dem Tag, Monat, Jahr. Das heißt, darüber kann ich mein Datum oder meinen Zeitstempel sehr genau analysieren und kann darüber auch Anpassungen vornehmen, Daten analysieren, indem ich halt mir dann die entsprechenden Stunden, Minuten, Sekunden rauspicke, die ich brauche, wenn ich jetzt bei der Photovoltaik Mittagspeaks berücksichtigen möchte. Man muss darauf achten, und das ist das, was Excel nicht kann. Also, wir haben keine Sommerzeit-Winterzeit-Verschiebung. Das kann Excel nicht. Das heißt, wenn wir plus 1 rechnen, rechnet er immer 1 drauf. Das heißt, es gibt dann immer Ende März und Ende Oktober einen kleinen Fehler, denn bei realen Messdaten haben wir natürlich die Sommer- und Winterzeit-Verschiebung derzeit noch drin. Das ist bei der Energiedatenanalyse zu berücksichtigen, dass es da immer wieder zu Verwirrungen kommen kann, insbesondere mit dem Wechsel der Winterzeit auf die Sommerzeit im Ende März. Da springen wir ja eine Stunde nach vorne. Das heißt, da hat er dann die 2 Uhr Uhrzeit. Fehlt ja dann an dem Sonntag. Das ist ja immer der letzte Sonntag im März. Also, letzter Sonntag im März. Da haben wir dann um 2 Uhr ist ja dann die Zeitumstellung und wir haben den letzten Sonntag im Oktober. Also, hier fehlt 2 Uhr und hier haben wir 2 Uhr doppelt. Das muss man halt berücksichtigen. In der Gesamtbetrachtung haben wir natürlich trotzdem 8.760 Stunden. Wir verlieren keine Stunde. Wir haben halt nur hier eine Lehrmessung, weil die ja gar nicht auftritt, diese Uhrzeit. Und hier haben wir eine Messung doppelt. Das heißt, da ist der Energiewert eigentlich immer, wenn wir jetzt einen Energiezähler zum Beispiel haben, immer doppelt so groß. Das muss man bei der Energiedatenanalyse beachten, dass wir da 2 Ausreißer haben, die wir aber nicht einfach ignorieren dürfen. Haben wir Leistungsmessungen. Also, wenn wir jetzt hier bei Zählern hier an diese Uhrzeiten denken, mit den 4 Stundenwerten, dann fehlen uns da sogar 4 Werte um 2 Uhr. Oder wir haben diese 4 Werte doppelt. Da ist immer die Frage, wie diese Messdaten erfasst werden. Werden die im schlimmsten Fall überschrieben? Das wäre von der Messtechnik her schlecht. Da muss man immer ein Auge drauf haben, wie also diese Sommer-Winterzeit berücksichtigt wird in den Messdaten. Entsprechend bei der Messdatenanalyse dies berücksichtigen. Das ist in der Energieinformatik ganz wichtig. Ein weiterer Aspekt ist, dass Excel auch nicht in der Lage ist, andere Zeitzonen zu berücksichtigen. Das ist insbesondere wichtig für die UTC, also die Universal Time. Die kennt keine Sommer-Winterzeit. Das ist ja dann die Zeit in Greenwich in London. Die läuft immer durch. Wir verschieben unsere Zeit mit der mitteleuropäischen Zeit und der mitteleuropäischen Sommerzeit. Das heißt, wir sind mal eine und dann im Sommer zwei Stunden voraus. Das ist wichtig. Also die UTC ist wichtig bei Photovoltaik, weil bei der Photovoltaik ja der Sonnenstand eine Rolle spielt. Wir haben ja in der Photovoltaik die Herausforderung, im Winter ist um 12 Uhr der höchste Sonnenstand. Im Sommer ist das aber um 13 Uhr, weil wir halt eine Stunde verschoben haben. Das ist in der Datenanalyse auch da wichtig, dass sich da die Peaks verschieben. Da muss man darauf achten. und entsprechend berücksichtigen. Und das geht am besten, wenn man eigentlich, wie ich alle weiß, Energiedatenanalyse oder Zeitreinalyse immer in der UTC macht. Das umrechnen, das ist eine Sache, das kann Excel leider nicht. Höhere Programmierensprache haben da kein Problem mit. Man muss sagen, wieder berücksichtigen, dass natürlich das Nutzungsverhalten, also Energieverbräuche in Haushalten, die passen sich natürlich der Sommer- und Winterzeit an. Da haben wir natürlich die saisonalen Änderungen. Aber da funktioniert die UTC nicht, denn da müssen wir die lokale Zeit, heißt sie dann, berücksichtigen. Das ist anspruchsvoll. Man muss es immer mit berücksichtigen. Und es geht nicht automatisch in Excel, sondern man muss sich dort Hilfswege schaffen, abhängig von den Messdaten, die man hat. Deswegen bei solchen Jahreszeitverläufen, das heißt, wenn wir jetzt solche Messdaten pro Tag oder typischerweise pro Stunde haben, gibt es dort immer Herausforderungen bei den Energiedaten durch diese Zeitzonen und durch den Wechsel von Sommer- und Winterzeit. das ist ein sehr, sehr gut. Das ist das Spiel.